Hallo zusammen, mich ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir uns nur als Nightmare spielen können. Und zwar finden wir das einmal hier unter Erweiterungsfeatures, dann Pakt Sankten und dann haben wir hier auch schon den Erfolg Spirituelle Beobachtungen. Und für dieses Achievement müssen wir folgendes abschließen. Schließt jede von Faliers Geistebeobachtungsquests im Konservatorium der Königin ab. So, was brauchen wir jetzt hierfür? Wir brauchen einen Nightfeature und dieser Nightfeature, der muss auf die maximale Stufe, also auf Stufe 60. Dann müsst ihr hier in das Herz des Waldes und dementsprechend hier im unteren Bereich bei eurem Sanktums-Upgrade-Typen einmal ein Gebäude bauen, und zwar das Konservatorium der Königin. Hier ist es so, dass ihr das Minimum auf Stufe 2 braucht, denn ab Stufe 2 bekommt ihr eure erste Quest für einen legendären Samen, wo dann wiederum ein NPC rauskommt, der euch Quests gibt. Es gibt bei Stufe 3 und 4 auch nochmal einen legendären Samen und einen Quest-NPC, der dann dementsprechend jeweils für die anderen beiden Achievements hier noch relevant wird. Das schauen wir uns dann aber zu gegebener Zeit an. Jetzt wollen wir uns erstmal den ersten angucken, also ihr braucht das auf Stufe 2, und dann habt ihr nämlich eine zusätzliche Quest, die ihr im Konservatorium der Königin bekommt. Und da würde ich sagen, schauen wir jetzt gleich mal rein, also wir porten uns hier einmal in das Konservatorium der Königin rein, und dann haben wir da so eine, ich würde jetzt mal sagen, Fee, die uns dann die Quest geben kann, das ist diese hier. Blümchen, schimpft sich die, und die kann uns dann eine Quest geben. Und die Quest habe ich natürlich schon gemacht, die heißt hier ein seltener und ungewöhnlicher Geist. Und ihr bekommt auch als Belohnung einen, ja, legendären Geist, den ihr dann einpflanzen könnt. Und hier ist es einfach so, dass ihr für die Quest den Endboss in einem Dungeon umboxen müsst, und ich glaube, es war die Nebel von Tiraskite. Und da ist es egal, ob ihr es im Normal, im HC, im Mythic Plus macht, ihr müsst einfach nur einmal durch und quasi den Endboss umholzen, dann kriegt ihr diesen legendären Geist quasi als Questbelohnung, und diesen legendären Geist, den pflanzt ihr dann dementsprechend hier einmal irgendwo ein, je nachdem, wo ihr Slots frei habt. Kleine Information, dieser Geist braucht sieben Tage zum Ausbrüten, man kann nicht hier die Qualität von dem erhöhen, also es ist egal, das Einzige, was man erhöhen kann, ist die, oder verkürzen kann, besser gesagt, die Zeit zum Ausbrüten, dementsprechend packt die Temporalblätter rein, wenn ihr jetzt einen Dreier-Slot zum Beispiel zur Verfügung habt, dreimal Temporalblätter, dann den Geist draufpacken, und dann dauert es einfach ein bisschen kürzer, dann sind es nur noch vier Tage anstatt sieben, das macht schon was aus. Wenn ihr die Zeit dann abgewartet habt, bis er ausgebrütet ist, ist es dann so, dass der Geist rauskommt, und dann gibt ihr die Quest bei ihm ab, und dann steht er dementsprechend hier bei euch im Lager. Ich habe mittlerweile alle drei Geister hier stehen, ihr seht, hier haben wir einmal Um, dann haben wir hier Lier, Lier, und hier, das ist den, den wir brauchen, Fallier. Und bei den Geistern ist es immer so, dass die euch dementsprechend Quests geben. Wir brauchen jetzt hier für das Achievement nur den hier, Fallier, und der gibt euch eine wöchentliche Quest, und diese wöchentliche Quest heißt, ihr müsst einfach einen Samen einer bestimmten Art einpflanzen. Es gibt vier verschiedene Arten von Samen, es gibt einmal kämpferische Geister, stolze Geister, pflichtbewusste und noch ein drittes, da habe ich jetzt aber leider das dritte nicht, deswegen weiß ich auch nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall, kämpferischer Geist ist quasi der Maltraxusgeist, stolzer ist der aus Revendrest, pflichtbewusster ist der aus, ja, hier der Bastion, und dann gibt es noch irgendein, und ich weiß jetzt nicht, wie der Fütter heißt, der ist hier aus dem Artenwald. Im Endeffekt gibt es diese Geister in verschiedenen Wertigkeitsstufen, es gibt quasi blaue, grüne und epische Geister, das ist aber egal, welchen ihr dafür einpflanzt, also ihr könnt einen, wenn ihr eine Quest habt, pflanzt den kämpferischen ein, dann ist es wurscht, ob ihr einen grünen kämpferischen einpflanzt, einen epischen oder einen blauen, das ist vollkommen egal. Wo ihr diese Dinger herbekommt, ist aus verschiedenen Quellen, ihr könnt zum Beispiel, von Missionen gibt es die, ihr seht, hier ist zum Beispiel eine Mission, wo mir ein kämpferischer Geist bringt, dann im Schlund, wenn ihr die Weekly Quests macht, beziehungsweise die Daily Quests, bringen auch oft diese Geister, und aus allen möglichen anderen Quellen, von irgendwelchen Rares und von Zeug, kriegt ihr die, die kriegt ihr eigentlich nachgeschmissen, also ich habe da eigentlich immer genug. So wichtig ist jetzt zu wissen, dass ihr alle vier Quests von ihm einmal braucht, die sind leider random. Heißt, ihr braucht dann halt einmal die Quests, dass ihr den kämpferischen einpflanzen müsst, einmal braucht ihr die Quests zum Stolzen einpflanzen, einmal Pflichtbewussten und wie halt der Letzte auch immer heißen mag. Die kommen nicht unbedingt an einer Reihenfolge hintereinander, dementsprechend kann es sein, dass es minimum vier Wochen dauert, dass ihr dann das Achievement habt, maximal, ja, halt so lange wie ihr halt braucht, so lange wie ihr halt Pech habt, dass ihr den Letzten zum Einpflanzen noch über habt. Genau, mehr ist es nicht, ihr müsst dann halt jede Woche einmal die Quests einnehmen, richtigen einpflanzen und dann nach vier Wochen oder weiteren habt ihr das Achievement. Übrigens, das wird leider nicht mitgetrackt, ne, ich kann euch nochmal auch hier das zeigen. Hier sind die Quests, da sind die verschiedenen Spirits, die man einpflanzen muss, das sind die hier, die vier Quests. Mehr ist es nicht. Eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit, man muss halt bloß ein bisschen wissen, wie es geht. Man kann sich aber hier leider nicht das einblenden lassen, welche Quests man schon gemacht hat, sondern, ja, muss halt so ein bisschen auf sich das merken oder halt wirklich jede Woche das einmal machen. Irgendwann ploppt es dann schon auf, dass man den Letzten auch fertig hat. Gut, das war soweit der kleine Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Kleine Information, es gibt noch zwei weitere Achievements, wo man auch Geister braucht. Da braucht man dann Stufe 3 und Stufe 4. Hier werde ich auch nochmal Videos zu machen und das genauer erklären. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.